Hallo liebe Grazerinnen und liebe Grazer, mein Name ist Alexander Freitag, ich bin 54 Jahre alt, bin seit 33 Jahren in der Holding Graz im Bereich der Wasserwirtschaft, Betrieb Abwasser und Kläranlage tätig. Ich bin zuständig für die Gewährleistung der Kanalleinigung bzw. der Regenentwässerung, dass das einwandfrei funktioniert. Wir vom Betrieb Abwasser sind dazu da, um auch in Zeiten wie diesen für saubere Kanäle zu sorgen und auch meine Kollegen in der Kläranlage schauen darauf, dass kein schmutziges Wasser in die Mauer fließt. Wir sind auch in diesen Zeiten für euch da und bitte bleibt zu Hause, den Rest erledigen wir für euch.